Das erste Mal auf der Seite Come to Publish und Sie möchten ein Jahresabonnement erstellen. Wir haben zwei Möglichkeiten, das eine unter Abonnieren auf Jahresabo und das gleiche geschieht, wenn Sie auch hier auf Jetzt Jahresabonnement für 98 Franken sichern klicken. Sie werden dann Schritt für Schritt durch den Bestellvorgang geführt. Sie legen hier dieses Abonnement in den Warenkorb. Der Artikel wird dann in den Warenkorb gelegt und Sie können zur Kasse gehen. Dann müssen Sie einfach Ihre Personalien eingeben und bei den weiteren Schritten müssen Sie dann Ihre Master- oder Visa-Card angeben und können so ein Jahresabonnement bestellen. Danach erhalten Sie zwei Mails. Im einen einen Link, mit dem Sie auf Come to Publish gelangen, auf einen speziellen Bereich, wo Ihr Benutzername dann bereits enthalten ist und Sie ein neues Passwort generieren können. Sie haben ein Jahresabo gelöst und möchten sich erneut anmelden auf der Seite Come to Publish. Ganz rechts oben sehen Sie den Anmelde-Button. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich meinen Benutzernamen eingeben und dementsprechend das Passwort. Und bin nun anhand dieser Ansicht, wenn hier steht, mein Konto, können Sie erkennen, dass Sie eingeloggt sind. Nun stehen mir sämtliche Filme zur Verfügung, welche ich zum einen unter Themen, unter Ausgaben, Referenten oder Software suchen kann und auch nach Stichworten. Ich werde nun mal nach Ausgabe suchen und nehme hier chronologisch die letzte Ausgabe und kann jetzt zum Beispiel Fotobücher erstellen mit der Book Factory Software. Hier auf dieses Thema klicken. Ich habe sämtliche Filme aufgelistet. Ich kann mir einen aussuchen und dann werden mir alle Filme zu diesem Workshop angezeigt. Ich sehe rechts unten jeweils die Erscheinungsausgabe und ich habe die Möglichkeit, über solche Links weitere interessante Filme zu Software oder Thema direkt anzuklicken. Wenn Sie nach Autor suchen möchten, Filme, können Sie auch hier auf Peter Jäger zum Beispiel klicken und Sie erkennen alle Filme, die von mir erstellt wurden. Abmelden, ganz einfach, rechts oben abmelden. Ich sehe rechts oben. Ok. Jetzt